So, dann werden wir uns mal auf die Suche nebenbei auch mal nach dem Lebensmittel machen, so hat die Namen ja gerade geredet oder haben die noch was zu sagen? Ich musste meine Mutter töten. Es ist lustig, wenn ich das so laut habe, oder? Luke hat mich immer immer wieder geholfen. Ich wollte nie mit ihm gehen. Ich erinnere mich, wenn er mich auf dem. Der große Plan. Ein fucking Plan. K. Sabirin, er hat gesagt, Nick, wir sind in der Nacht. Und das war das. Nach sechs Monaten, wir waren flatbroke. Ich wusste nicht, wir hatten Spaß. Ich wünschte, dass ich ihn wie er. Ich wünschte, dass ich einfach immer weitergehen kann. Ich bin einfach nicht so gebaut. Ich bin sicher, dass sie über mich sprechen können. Look, er ist ein gefährlicher für die Gruppe. Wer war dieser Mann? Ich versuche. Sie sahen, dass er sich auf dich hält. Er war schön. Verdammt. Wenn Alvin ist in fronte von mir, er nimmt das Schuss. Was ein verdammt. Vielleicht bin ich es. Ich weiß nicht mehr. Gott, ich bin Hunger. Welche Zeit ist es denn? Verdammt. 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 Was ist falsch? Ich lasse meine Schuss zurück in der Kabine. Es war Pete's. Er hat es mir gegeben. Das war alles, was ich von ihm hatte. Wisst ihr was? Ich gehe mit ihnen zu sprechen. Es ist mir nicht so lange. Ich bin dran. Ich gehe mit ihnen runter. Ich gehe mit ihnen zufrieden. Nicht so lange. Ah, Konserven. Sehr gut. Leere Konserven. Nicht gut. Und wie war es in der Truhe? Das wäre jetzt natürlich sehr schlecht. Was haben wir denn da? Oh. Nice. Komm, nimm das mal. Das fühlt sich ziemlich gut. Hm? So. Können wir damit vielleicht eventuell die Truhe aufmachen? Komm, zieh! Jawoll! Was? Miserts, Migerts, Dieter Bellman. Miserts, Gambit. Aha. Konserven. Sehr geil. Man, not that we had a bed. Look at this dump. Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. He was trying to help us. Yeah, and someone died. I ain't no judge, but that's straight up murder in my book. I mean, you ever know anyone would do a thing like that? I don't want to talk about it. That's funny. She looks just like you. Ah! Hey, Clem. There's not a lot of food here, and Rebecca... Well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group. But I've got to put Beck and the baby first. Rebecca can have it. I won't say anything. Thanks, Clementine. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. God knows, we're not perfect. Hell, I'm glad you're with this, Clementine. What the hell is that? What? Oh, no. Oh. Da können wir eigentlich gleich das neue Messer einweihen. Alright. We're heading up. Oh. 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 Well. What are we waiting for? We have to be careful. Careful? We've been on the road for five days. My back is done being careful. Doesn't look like anybody's home. Damn. Now, down tight. Das bin ich nachher. Wie werden wir wissen, dass es sie sind? Wir wissen. Dann klitten wir mal auf. Wir hatten mal ein Baum aus. Das haben wir des öfteren benutzt. Junge! Äh, Mädel! Komm, paar Sprossen noch, dann hast du es geschafft. Jawoll! Oh, ein Vogel! Hallo! Ach so, mein Freund. Ich habe es geschafft. Siehst du nichts? So. Was haben wir da? Das scheint die Brücke zu sein. Gut. Hä? Warte mal. Was ist das? Ich sehe da Licht. Was ist das? Ein Licht. Warte, da ist ein anderes. Luke! Luke! Was geht jetzt ab? Wollte ich schon wieder ihn über einen Haufen schießen? Ich bin ein Haufen. Ich bin ein Haufen. Ich bin ein Haufen. Wie war es dir? Wer ist das? Wir sind nicht hier, um niemanden zu schrauben. Schrauben die Schrauben, Mann. Schrauben das! Woh, 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 woh! Bitte, mach nur was er sagt! Die Klamadour! Kenny! Warte, du kennst diesen Mann? Clementine? Ich dachte, du bist tot. Ich nehme das als ein Ja. Diese Leute mit dir? Wir können in der Mitte sprechen. Great, ich habe nur ein Essen. Du bist sicher, dass du nicht interessierst? Es wird bald bald. Bitte, komm her. Oh, diesmal ohne Blut. Schön. Ah, da musste er husten. Oh, das ist so schnell. Ah, da musste er sich nicht schlafen. Ah, da musste er sein. Ah, da muss er sein. Ah, da muss er sein. Wir haben noch ein bisschen Kraft von der Wind-Turbine in der Front. Wir versuchen, die meisten der Lichter wegzunehmen, um zu verhindern, aber nachdem wir diese Sachen in der Verbrauchung gefunden haben, können wir nicht auf eine Exception machen. Was ist lustig? Oh, nichts, Walt. Walter hier ist eine Smart-Sum-Bich. Er macht eine meane Kanne von Beinen, auch. Also, warum nicht ihr zwei zusammen, während ich ein Essen habe? Bitte, mach dich zu Hause. Du kannst deine Sachen da weg. Was ist das, Junge? Ja, ich stehe auf meine Beine. Du bist unsere Beine hier. Es gibt keine Worte. Ich sage ihm, dass er seine Beine runter ist. Kenne? Du solltest für diese Leute, Klamp? Wenn du mir sagst, sie sind gut, dann bin ich gut. Wir? Du warst die Beine mit einem Beine, Mann. Sie sind cool. Merkt ihr das, Junge? Merkt euch das alle, die Jungs? Dad, schau! Ein Weihnachtstück! Nicht jetzt, Sarah. Ist das nicht großartig? Wir haben es alles in der Verbrauchung gefunden. Es ist unglaublich. Guter Zug. Guter Zug. Guter Zug. Gut. Wenn ihr alle folgt, dann zeige ich euch, wo ihr schlafen könnt. Sooo... Ah... Awesome! Löcheln und warm! Mit Kamin. Komm! Ihr habt bestimmt viel zu erzählen. Es guckt dich so! Ah! Jetzt weiß ich wie sie nicht. Ah! Jetzt weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie sie ist. Ah! 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 Jetzt weiß ich nicht. Er hat mich geschehen. Ich wusste es. Ich wusste es. Das Mann hatte ein Feuer in ihm. Ich wusste es nicht. Hell. Wir sind noch von der ersten Episode. Lee und ich hatten unsere Unterschiede. Das ist sicher. Und... Wenn mein Sohn... Na ja... Er war da für mich. Also... Woher kamst du? Ich war mit Krista und Omid. Omid? Na ja... Krista und ich waren zusammen für einen Moment. Aber diese Leute haben uns gefangen. Sie ist weg. Sie ist weg. Ich wusste es nicht einfach für dich. Entschuldigung, Frau. Ich wünsche dir, dass ich dich mehr findest. Wo bist du? Oh hell. All over, nach Savannah. Wie kamst du da? Wie kamst du da? Ich versuchte es nicht weg. 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 Ich versuchte es in eine blöcke. Ich konnte nicht helfen. Aber ich bin weg. Ich versuchte es nicht 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 weg? Clem? Schön, dich zu treffen, Clementine. Hey, Walt. Wo ist Matthew? Er ist noch da, da zu spüren? Natürlich ist er. Ich versuchte es. Ich versuchte es. Jetzt wird ein Süppchen gekocht. Ja, danke. Excellent. Willst du mir helfen? Ich versuchte ein bisschen Essen? Wie kennst du Kenny? Er und Sarita haben wir eine große Hilfe. Matthew und ich wunderschön, was zu tun haben. Wir sind alten Freunde. Ich besuchte ihn, nachdem es passiert. Als er mit Lee war? Ja, er hat uns nur ein wenig gesagt. Ich versuchte ihn mit Menschen. Es ist so wichtig. Ich weiß nicht was ich ohne Matthew zu tun. Gott, du erinnerst mich an meine Studenten. Ich kann nicht vorstellen, was es wie, in der Mitte all das zu sein. Ich versuchte es gut. Jetzt klingt wie eine meiner Studenten. Und du klingt wie ein Lehrer. Ich nehme das als ein compliment, danke. Ich würde sagen, wo ist das Kugel? Hm. Streichend respektvoll. Der nächste, Alter! Anyway, ich nehme es von hier. Sieh dich in der Skihütte oben. Ja, diese doofe Tunte darauf. Peaches! Die Kasse! Können wir die ausholen? Was haben wir denn da? Oh! Schmeiß die mal ein! Was ist das mit dem? Ich bin der Vogel. 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 Das hat mich an der Schule lemmen. Äh, ja. Ski-Shop. Ja, nur schade, dass da draußen kein Schnee liegt. Jungen sind in der Kanzlei. Ja, so, in der Kanzlei ist es auch schön. Was ist denn so schwer? Ja, so schön als Junge sind. Was ist das auch schön gewesen? Was ist das schön gewesen? Hä. So are you? Ah, ah, okay. Ja, so ein Kamin ist schon was Geiles. Wieso kann ich jetzt hier nicht lang? Bin ich so fett? Die hat doch nichts dran hier. Dass hier Fenster gucken können wir auch nicht. Außer so. Äh, haben wir irgendwas noch auf dem Böbel liegen? Ne. Zwar schon, aber nichts, was anscheinend von Interesse erscheint ist. Wir können uns sicher sein. 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 Wer sind sie? Ninjas? Läm, Luke sagte, dass du ein paar Leute in der Valle gesehen hast. Leute? Da oben da oben? Wie? Sie hat binoculars, Genius. Ich sehe die Licht. Wie weit sie gehen? Nach in den Böbeln. Wir können keine Chance nehmen. Wir können uns sicher sein. Aber wir sind sicher hier für heute, nicht wahr? Ja. Du sprachst mit dem Mann, Walter, nicht wahr? Was hat er gesagt? Du hast ihn nicht gesagt, was wir uns gesagt haben? Wir müssen uns vorsichtig sein. Wir können uns schütteln. Wir sprachen über Kenny. Kenny ist das Lied mit dem Beard? Ja, das ist er. Schau, ich weiß nicht, was der Mann gesagt hat. Wir stehen hier heute Abend. Geh mit dem anderen. Sie glauben dir. Sie glauben dir. Schau, was du herausfinden kannst. Ich gehe nach Luke. Schau, ich fühle mich nicht so gut. Beck, was ist falsch? Ich brauche nur etwas zu trinken. Du hast es. Ich bin gleich zurück. Ich bin gleich zurück. Welche Kiste? Oh, ein Engel. Da liegen drei Sachen drin. Na gut. Heute... Du bist okay? Ich bin ein bisschen dizzy. Ich kann mich nicht selbst selbst nehmen. Wie soll ich ein Kind sein? Ich meine, wie kann jeder jetzt? Ich denke, es ist möglich. Wie wissen Sie? Ich bin noch hier. Ich weiß, es wird schwer sein. Aber gleichzeitig, ich fühle mich ein bisschen weniger lonely. Weil ich weiß, dass egal, was passiert, ich werde jemanden treffen. Sie ist kicken. Willst du hören? Das Essen schmeckt gut, huh? Kann ich? Sie wird ein Rund. Es ist nicht sein. Das ist mein Mann. Du bist okay, Baby? Ich bin gut. Du großartig. Ich brauche nur etwas Essen zu bekommen. Danke für dich mit ihr, Clem. Kannst du dich fragen, den Walter-Guy, wann wir essen? Ich liebe dich, schade Bear. Ich liebe es, wenn du mich das nennen hast. Ich weiß, aber ich meine es. Ich liebe dich auch. Du kannst jetzt ein Rund. Du bist Kastner. Tata tata p- Ja, hier in der heutigen Zeit da ist... Schwierig... Äh... Wen Gracias. Fuck. Ich wollte vor nur was sagen. Ich hab's auch mal vergessen, ey. Man. Damn. Hallo. Ja. Ich weiß, wo der Engel ist. Finde eine Weihnachtsbundspitze. Okay. Die Quay ist ja wo die liegen, ne? Mahlzeit. Bin immer wieder weg. Kannst ihn gleich wieder hinblasen. Guck, mach mal. Steck mal den Engel drauf. Ding. Danke schön. Immer wenn ich aufnehme. Zum zweiten Mal jetzt. Ah, ich liebte diese Zeit, Avere. Du weißt, jetzt dass deine Freunde hier sind, ist dieses Ort zu fühlen, wie ein echtes Haus. Da muss ich jetzt mal kurz was zu sagen. Ich hab nix, äh, 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 Rettungswagen, klar, die machen auch nur ihren Job, aber ich wohne ein, zwei hundert Meter noch von der Kreuzung entfernt. Und die machen die Sirene immer bei mir vom Haus an. Und fahren damit bis zur Kreuzung. Es reicht, ein Haus weiter das Ding anzumachen und da wär dann auch alle schick. Also, ne, Respekt für die, äh, Rettungshelfer, aber bitte! Danke. Okay. Matthew and Walter are amazing people. Honestly, it's dangerous to be this kind, but they can't help it. Wait until you meet Matthew, he's a real character. The first time he met me, he called me Rita. When is Matthew coming back? He should be back soon. At... Come in Brokino? I wanted to ask you, does Kenny seem different to you? Boah, du kannst mich noch fragen. Well, everyone, dinner is served. Come on, let's eat. It's good, Hoppa Hoppa. You okay, man? Yeah, I just... I wish I hadn't pulled that trigger. Just try to forget about it. Right here, Clem. Äh. Here you go, Clem. Hey, Clem, we were just talking. What's the deal with the kid? What's his name? Luke? He in charge? You trust him? Yes. Can he please? Sarita, we don't know these folks. They seem nice. I like him. He's a good guy. Would you trust him with your life? I think so. That guy, Big Al. He said they were on the run. Some people are after them. Well, you don't have to worry about that no more. They'll go tomorrow and you can stay here. Absolutely. Honey, you stay with us as long as you want. She's staying for good. If that's what she wants. Of course she does. Right, Clem? I can't leave my friends. What? Of course you can't. They can stay too. No. Honey. Honey. Hey there. Hey. Hope you like the food. Oh, it's great. Thank you. Peaches and beans. Great for nutrition. Not too great on the way out, though, I tell you. So, it's Luke and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all. So, what was your plan here? Hold out for the winter? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? What the hell is that? A place. What kind of place? A good one, Einstein. Yeah. Krista and I were going there. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold-ass winter so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice, I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. Huh, excuse me? Luke, listen to him. I have been, but- Kenny's my friend. Gentlemen, please. There's no need for this. Now, look, we've all had a long day. Please eat. Please eat. Don't stand so hard.